Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, Rucksack, 9mm Vierfachsucher Ich geh mal gleich zum Tower durch Mal gucken, wo die Zone ist Oha, na da brauchen wir wieder ein Auto oder ein Boot Oha, die stehen ja da unten Oh, ne Maske Oha, naja man ist gar 30 schuss ich komm mal zu dir rüber erscheint wirklich keiner mehr zu sein jo, danke Mowgli, danke, danke hier geh ich auch noch mal kurz rein, oder? ah, ich komm gleich zum Haus so, dann rissen wir uns mal richtig aus denk dran, wir müssen uns ein Auto besorgen ja, steht hier an der Straße ah, okay, das ist gut dann guck mal auf den Dächern sonst ja, muss ich rausgehen Schally brauchen wir noch oh, vierfach Sucher? achtfach Sucher? jetzt wird es interessant jetzt fehlt nur noch der Schally Schnellzugriff Uzi, na geil ne, wächst du mal ne, wächst du mal 100 Mac das ist wirklich angenehm oh, Stufe 3 Helm wirklich angenehm, jetzt so flüssig zu spielen ja, ich hab zwischendurch mal so kleine Robberbending quasi steh ich auf einem auf einer anderen Position du hier grad unterwegs? ja, ich bin nur noch da ach so, da bist du keine Waffe ist alle Häuser schon durch, oder? ne, nur obendrauf und das eine, das vorne habe ich durch das in der Mitte aber noch nicht ne na, dann mach das mal noch na, ich nehme mir die Hale ach, guck mal, jetzt kommt schon die blaue Zone hier ist ne M416, wenn du brauchst komm zu mir wo? M416 hier bei mir in der zweiten Etage 8-Fach suche mal auf die ist da ach, ich brauch selber Munition fuck, nein, nimm du na gut, einmal nimm ich ja, komm unten hast du schon? unten hab ich alles wir müssen langsam los ich komm ja schon hier, äh, hier 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 das ist auch einmal Munition noch Munition muss ja dann mal gucken woanders noch welche kriegen na dann los A30 ohne kommt so, wo hast du das Auto gesehen auf der Straße? na ja jetzt habe ich hier eine Vierfach suche und auf der K habe ich jetzt eine Achtfach suche schon ordentlich da auf der Straße stehen immer Autos ich habe gar nichts gesehen ach so stehen immer da vorne glaube ich ja wo wollen wir langfahren? linke Brücke oder was? ja alles klar nymphenkönig schönen Abend noch wo willst du noch gucken? ich habe gerade mal auf der Karte geguckt ach so soll ich fahren oder was? ja einfach jetzt der Straße folgen ne guck mal die blaue Zone kommt schon langsam na ich fahre dann mal ja dann nehme ich mit wo müssen wir lang Richtung Norden oder was? ja hier muss ja irgendwo eine Straße ach ne ich weiß schon ich weiß schon da ist keine Straße ne da ist keine Straße wir müssen jetzt über den Hügel hier rüber ne? genau da bin ich mal gespannt wenn wir da drüben sind da haben wir schon gleich geschossen Party Modus Party Modus Party Modus Party Modus hallo Serpentin Katja moin moin lange nicht lange nicht gesehen nicht gehört obwohl wir hatten ja letztens im Steam geschrieben ne? vor Ostern so wollen wir lang müssen noch ein Stück weiter weiter fahren oh oh der Baum der wollte unbedingt ja ich bin jetzt wieder öfter am Twitchen Katja schon so seit 1-2 Monaten ungefähr immer so 2 ja manchmal auch 3 mal die Woche wir fahren hier einmal über das Feld rüber ne? naja fahren du mal ich fahr den Berg und dann bleibe ich stehen beim Berg ja dann sind wir in der Zone links die Häuser sind wir links die Häuser ja dann bleiben wir hier stehen ich fahr bis ran ich hoffe die Türen sind zu lasst den mal hier stehen so schnell raus andere Waffe nehmen Tür ist auf ach kacke hinten ist auch auf Quad ähm Dings hier geht hier auch das ist jetzt kein gutes Zeichen naja Greenscreen mein provisorischer funktioniert nicht so wirklich muss mir da mal einen richtigen kaufen einen vernünftigen zur Zeit habe ich äh jetzt erstmal nur so geht leider erstmal nicht anders wie bitte? ja bei dir ja Bombing ach du rennst weiter oder was? so die ist alles geloot ach so na ich komm ich bin mal oben im Auto noch weiter ja wir warten mal wie die Zone sich jetzt verkleinert oh Bombe sind immer noch Bombe Bombe sind immer noch drin ist kein gutes Zeichen ist das die jetzt hier einschlägt naja hier nicht oh da kommen die Bomben wo Bombe lang Richtung aber nicht Richtung der Stadt oder was? weiß nicht also wir brauchen gerne auch Munition naja ich habe für die 30 Schuss ja 30 Schuss und für die K habe ich 45 Schuss aber willst du einen Sucher haben oder sowas? habe ich 4-fach Sucher? achso hast du ok dann los Richtung Stadt ne? ja lass mal hier bei den Bäumen bleiben falls einer schießt jetzt guck mal hier links lang ich spiele erst mal ein bisschen ne weil oh Schüsse Schüsse links 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 ich bleib hier bei der bei der Hütte versuche jetzt mal ein bisschen da hin zu gucken oh Gott weil mit der K und äh den 8-fach Scope sollte ich ja eigentlich auf Entfernung gut schießen können ne normal ja sind die da in den Häusern gewesen oder ist? oh anscheinend ich würde jetzt auch nicht übers Feld laufen wollen ey ja wir können auch hier erst mal warten jetzt wir sind in der Zone genau 30 Schuss Summer dann habe ich schon ne UMP mit 60 Schuss ja wie gesagt wenn jetzt einer auf Entfernung ist den kann ich ja dann mit dem 8-fach Scope da muss ich dann bloß mal gucken wie hoch ich vorhalten muss bin ja eigentlich bin ja eigentlich hier in dem Spiel nicht so ein Sniper-Fan aber kommt erst mal die Zone für ein Auto das Spiel nennt sich Player Anon das ist quasi ein Battle Royale Spiel von ähm sowas von dem Macher hier von HNZ1 King of the Kill der hat jetzt quasi sein eigenes Spiel rausgebracht und man kämpft hier quasi mit 100 anderen Spielern äh auf einer 8x8 Kilometer großen Insel das ist quasi hier die Insel und man muss sich immer versuchen in dieser weißen Zone aufzuhalten weil die blaue Zone wird dann nämlich immer so groß wie die weiße und die weiße wird dann immer kleiner und man muss halt versuchen als einziger zu überleben ja danke dir Mowgli danke ich habe jetzt mal 4000er Bitrate eingestellt wenn das ganz gut aussieht das ist das freut mich auf jeden Fall ich glaube da ist gerade ein Auto weggefahren oder was war das da hinten naja ich ziehe da nochmal hin ich glaube vielleicht irgendwas sehe in dem Turm oder so die dürften mich eigentlich nicht sehen wirklich ich glaube wir müssen mal oder ne noch nicht ganz ne ne eine Zeit haben wir noch ne wir sind sowieso drin naja ich meine nur wir werden gucken ach rechts von uns rechts 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 äh Richtung E oh Gott jetzt vorhalten ich bin kein Sniper alle oh ich habe ihn getroffen alle bleib mal hier in Deckung ne die werden jetzt auf uns aufmerksam ich nehme mal die andere Waffe oh bist du das ne nein ach von den Häusern aus von den Häusern ist jetzt jemand wo sind die anderen sind die jetzt weitergelaufen ne wo sind die denn ey die steht da ach da steht einer auf der Straße pass auf Richtung E stehen die immer noch ich werde beschossen ja das ist der beim Stein Richtung E beim Stein ich gehe in Deckung ich habe ihn ich habe ihn einen Treffer habe ich ihm schon verpasst nicht dass der uns jetzt wieder versucht zu umlaufen siehst du da den Stein hast du den Blick Richtung E da ist er er guckt wieder er guckt wieder links links guckt er über dem Stein drüber wenn wir jetzt schnell sind dann können wir ihn erwischen er läuft er versucht uns jetzt zu umlaufen naja das schafft er aber nicht naja schon gut angehittet er ist jetzt hinter dem rechten Stein ne oh fuck wird beschossen fuck wird beschossen weiß ich nicht von rechts aber ich sehe hier rechts keinen fuck immer ein Schmerzmittel oder war er das kann auch sein dass der mich betroffen hat oh der hat dich ausgenockt er hat einen Hit ja ja der hat einen Hit von mir einen Kopfschuss wo ist er denn der sitzt immer noch hinter dem Stein ich kriege die Krise ey schießt er auf dich ja naja ich glaube das nicht andere Seite von dem Stein guckt er immer raus da ist er da war Holz naja er schießt durch das Holz machen wir denn jetzt ja holen ja hast du ein einfaches Geld jetzt ist er rechts ist er das das ist er der geschossen hat ne ich glaube ja ne neben mir ist noch einer da kommt noch einer der rennt zu ihm ne der ist wieder zurück gerannt der ist ein Stein der ist wieder zurück gerannt die haben dich versucht zum laufen ja ja ich hab aber seine Schritte gehört ich nimm mal den Abfahrscope und dann hol den mal von dem Stein weg der guckt da immer im Kopf raus naja ich seh das gerade komm da ist schon wieder na komm zeig dich oh ich hab ihn erwischt wieso stirbt der nicht ja das gibt's doch nicht kommt gleich die Zone und ich muss oh guck mal wie weit ich mich bewegen muss oh ach du Scheiße ja ist er schon losgelaufen ne 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 ich muss mich jetzt bewegen aber dann holt er dich oh kacke alle oh das gibt's doch nicht was für ein Arschloch jetzt kommt die Zone na geil na geil ja das war's der versucht mich jetzt noch mitzunehmen glaube ich oder nimm du ihn mit das gibt's doch nicht wieso stirbt der nicht und wenn der C3 hat wo ist er ich sehe mich ich sehe mich ich sehe mich ich sehe mich ich bin leichter du hast noch ein Medi-Pack naja oh jetzt sieht er gerade nach jetzt naja das wird nix mehr ganz knapp oh 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 so wo ist er boah ist er gerade läuft er schon weiß ich nicht läuft er schon ich konnte nix sehen wo ist er links also von mir aus hört sich das links an der ist weiter ist weiter gelaufen ja ne da ist rechts jetzt kämpfen wir hier echt in der abgefuckten Zone hier wo ist er jetzt hin ich sehe ihn nicht ich habe ihn auch nicht 127 Punkte das ist in Ordnung oh 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 aber schönes schöner schöner Schlagabtausch da mit ihm wie vergast explodiert mein Hals achso ja war okay Musik